Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen. Assassin's Creed Odyssey, das Schicksal von Atlantis. Es geht weiter, ich gehe mal kurz hier hoch, nicht dass ich auf einmal gesehen werde. Ich dachte, ich erkunde mal hier noch ein bisschen die Gegend. Mein ja letztes Mal hier oben drauf haben diese Festung der drei Schwestern gemacht. Hier hinter waren Fragezeichen und da ist eine Marmorjungfer. Die kann ich zerstören, um auch den Einfluss von Persephone, wie auch immer sie genau heißt, zu verringern und ich dachte, okay, gut, dann machen wir das halt zusammen. Eigentlich dachte ich, ich gucke mich vielleicht erst ein bisschen um und schaue mal, was es so gibt. Ja, schaue mal, gucke mal, was es so gibt. Ähm, und ja, so ist das jetzt halt. Jetzt gucken wir uns hier mal um und versuchen das mal. Die bleiben hier stehen. Vermut, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die Statue zerstöre, ob dann was passiert, das werden wir rausfinden. Das machen wir zusammen. Versuchen. Ich will einen Schleicheingriff machen. Statuen? Keine Statuen. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Ich glaube, das war's. Ich glaube, hier drüben war keiner. Na, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt an die... das hier plündern. Und... Die Statue zerstören. Dann passiert auch nichts. Okay. Gut, ähm, in dem Sinne... War jetzt relativ entspannt. Ja, ich hätte gedacht, dass da irgendwas passiert. Ein paar Sachen mitnehmen. Pseidienglas ist gut. Damit kann ich meinen Rostdruck verbessern. Sehr hilfreich. Irgendwie konnte man hier auch... äh, zwischendurch gehen. Aber ich gehe jetzt bewusst mal außen rum. Ich will einfach hier noch ein bisschen auch... das Gebiet erkunden. Logischerweise. Ähm, mal rausfinden. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen anfänglich durch bin... und alles auch einmal gesehen, gezeigt, wie auch immer habe, dann... Na? Nee. Warum kriege ich da keinen Kopfschuss hin? Okay. Der zweite Fall war unsinnig. Dann, wenn ich alles gesehen, erkundet habe und so weiter, dann werde ich, glaube ich, auch wieder relativ viel im Off machen. Kann irgendjemand mit einem Pferd rufen? Jo. Und dann werde ich nicht mehr alles zeigen, aber jetzt am Anfang... Huh. Okay. Da ist die Welt zu Ende. Da in der Mitte gibt es was. Auch ein Fragezeichen. Da mal hin und mal gucken. Wo man hier eigentlich immer mal auch relativ schnell durchschwimmen kann. Brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Boot nehmen. Dann müssen wir den Quest abgeben. Dann ist da irgendwo ein Ort mit einem Schmied. Da muss ich auf jeden Fall mal hin. Da ist irgendwo noch eine... Eine... Ostrakon-Rätsel. Reserven verbrennen. Ich stehe da alle auf einen Haufen. Okay. Na gut. Wir klettern mal hoch. Und die drei... Also wenn es da nur drei Bewacher gibt und die alle auf einem Haufen stehen, dann sollte das ja eigentlich relativ viel zu machen sein. Boom. Genau reingerannt. So. Hier liegt noch einer. Puff. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Also drei auf einem Haufen ist natürlich sehr dankbar, weil... Ja, das habe ich ja schon gemacht, weil das relativ entspannt geht und schnell geht. Oben ist noch ein Schatz. Ja. So. Und das da. Okay. Diese ganzen Schrifttafeln, die hatte ich... auch im normalen Spiel noch einige, die ich noch nicht gemacht habe. Jetzt gucken wir mal kurz. Irgendwo ist eine Stadt. Ich glaube, das ist da oben. Dann gehen wir mal da rüber. Als nächstes. Bevor wir den abgeben. Hopp. Ja. Und... Da gibt es, glaube ich, auch noch einige, die ich finden kann. Ich weiß allerdings echt nicht, ob ich das noch mache, tatsächlich, weil... Diese Sucherei... Das ist tatsächlich Sucherei. Und ich weiß halt auch nicht, ob es was bringt. Weil ich hier bin ja jetzt doch eher schon recht gut ausgestattet und habe auch schon eine ganze Menge... ...an Zeug. Ja. Und auch Erfahrungspunkte ist es ja jetzt nicht so, dass ich hier denke... Okay, ich muss mal ernsthaft mir Gedanken machen. Gucken wir mal. Also, teleportieren. Drückt halten. Äh, ich muss jetzt ernsthaft Gedanken machen um Erfahrungspunkte oder so. Und brauche die jetzt ganz dringend, damit ich endlich mal weiterkomme. So. Genau, da gibt es irgendwo einen Schmied. Zu dem will ich auf jeden Fall hin. Und dieses Pfeile durchdringen Schilder. Das will ich haben. Ich glaube, das wird mir richtig was nützen. Da ist der Schmied. Gucken wir mal. Was kann ich für dich tun? Verkaufen. So, wir können ja erstmal Sachen verkaufen hier. Jeder Menge Zeug hat sich angesammelt. Das ist Level 52 Zeug. Ich bin mal Level 51. Da-dump. Da-dump. Raufbeutelm. Okay. Ich werde aber meine Rüstung erstmal beibehalten. Auf jeden Fall. Einfach weil durch diesen Bonus, dass ich einmal wieder beliebt werde, macht das, glaube ich, echt Sinn. Gerade so. Können wir mal gucken. Hat der irgendwas ganz Besonderes? Nicht so wirklich. Im Übrigen kann man auch Materialien bei denen kaufen. Das ist ganz cool. Wieder Steine und Felle kann man auch kaufen. Das ist ganz gut zu wissen. So, und dann müssen wir mal gucken. Das haben wir schon. Haben wir hier was? Hier können wir was gravieren lassen. 25% Kopfschussschaden. Das ist halt der Satz. Und zwar gibt es, ich hoffe, dass ich es nicht nur auf dem Pfeil machen kann. Nee. Kann ich es nur auf den Pfeil machen? Ich finde es gerade nicht. Ich hatte die Fähigkeit. Oder dass die Sache bekommen, dass ich, dass alle Pfeile, Bogen, äh, Schilde durchschlagen. Aber ich finde es nicht. Nee, aber es gibt offensichtlich auch pro, äh, unterschiedliche Sachen, die man gravieren kann. Oder ist es nicht immer das Gleiche? Oder nicht alle Leute können alles gravieren. Das kann natürlich auch sein. 30% Gesamtrüstungswert. Das ist nicht, das ist schon heftig. Das ist auch nicht bei. Hm. Nee, offensichtlich. Hier, alle Pfeile durchschlagen Schilde. Genau. Das ist doch heftig, oder? Ja, das finde ich richtig cool, weil das ist richtig heftig. Das ist mir mehr wert als ein Prozent Schaden, weil du damit ja richtig heftig, ähm, ähm, wenn man mal einfach auf die Leute schießen kannst. Und gerade hier, wenn die große Schilder haben, das lohnt sich ja richtig. So, und hier machen wir mal 30% Gesamtrüstungswert. Das ist doch mal, äh, eine Ansage, oder? So, super. Das wollte ich unbedingt machen. Jetzt machen wir, hier ist irgendwo, äh, noch was zum... Äh, da fällt man runter. Müssen wir mal hochgucken. Ähm, das ist doch richtig heftig. Und jetzt mit den Schilden. Ich glaube, das, äh, wird uns sehr viel bringen. Ähm, das ist ja irgendwas, ne? Also, so vom Gefühl her wirkt das Ganze für mich noch so ein bisschen da oben. Das ist nur hoch. Also, es wirkt mir so ein bisschen zu sehr wie Griechenland und zu wenig irgendwie anders. Ja? Ja, meine, logisch, wir befinden uns in der griechischen Mythologie. Aber gerade das, was so ISO war und so, hätte ich doch erwartet, dass es so ganz, zu manchen Teilen doch deutlich anders aussieht. Du hast ab und zu halt diese Pfeiler und diese, äh, Hoch-Runter-Teleporter. Okay, ja, aber... Es ist, ich finde es noch ein bisschen zu sehr, es edelt zu sehr dem Hauptspiel, finde ich, gefühlt. Und, so vom Aussehen. Spielerisch weiß ich es noch nicht. Also, manche Gegner sind deutlich anders. Aber vom Aussehen her... So, wir machen mal Schnellreise. Darüber. Wie gesagt. Also, manche der Gegner, gerade diese Kolosse, die sind schon heftig. Da muss man echt aufpassen. Die sind richtig krass. Aber, so vom Aussehen hätte ich mir gewünscht, dass es doch ein bisschen anders... Ich will nicht baden gehen. Ich freue so lange, bis ich da raus bin. Ähm, vom Aussehen hätte ich mir noch gewünscht, dass das hier sieht aus wie... Das könnte auch im Hauptspiel sein. Hintergrund weg, dann bist du im Hauptspiel. Ja, da ist also nichts Besonderes. So. Wie bitte? Ach, froh, wer? Sehr lustig. Der Letzte, der ihren Zorn auf sich zog, wurde in ein Eber verwandelt. Gut. Und was jetzt? Nicht hier. Komm in mein Lager in Japethos Ruine. Bevor du gehst, eines noch. Im ganzen Illusion findest du Persephonees Aufseherinnen und Fackeln des Hypnos. Wenn wir ihren Einfluss verringern wollen, müssen wir sie vernichten. Und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es ist Zeit, die berüchtigte Persephone kennenzulernen. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Ja, Level 52. Sehr nice. Ah, wir können uns dann gleich mal gucken. Gucken, ob es jetzt noch ein Quest gibt. Mehrere Quests angenommen. Okay, dann gucken wir gleich mal. Aber gibt es eigentlich auch neue Fähigkeiten? Ich habe 13. Ja. Gibt es hier neue Sachen? Oder kann man Sachen jetzt noch höher leveln? Nee, eigentlich nicht. Das können wir erwerben. Okay. Das ist relativ einfach. Ich hätte gerne irgendwelche passiven Fähigkeiten. Oh, das habe ich auch kaum genutzt. Das ist alles. Das können wir mal machen. Also eigentlich am liebsten die passiven Sachen. Aber ich glaube, das muss man alles zuweisen. Das hier. Okay. So, das reicht jetzt erstmal. Dann können wir hier sonst auch noch was machen. Seemte Ziere habe ich hier nicht. So. 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 okay das muss ich mir zum teil dann noch mal angucken so wir müssen jetzt überhaupt erst mal gucken was wir ein bestes haben und wie es weitergeht ja okay in hades mit ihnen pferdestärker trifft die karte in ferias zufluss wo wäre wo ist das denn das macht bestimmt sinn mal mit der zu sprechen bevor wir eigentlich zu per se poney uns aufmachen müssen wir nur mal gucken wie wir darüber kommen und von wo aus also wie da lang ist alles ein bisschen das ist ein bisschen weit hier kommt nicht so schnell irgendwo hin also vielleicht sollte ich das mal markieren dass wir grob die richtung wissen und dann ist da drüben was wie komme ich da hoch und so komme ich darüber springen wir mal ich glaube blanschen geht man hier glaube ich dann schon oft und ich glaube schnell reisen ist hier noch wichtiger als im spiel eben weil du mit diesen ganzen inseln quasi die alle von wasser umgeben sind einfach mal sonst unglaublich lange brauchst was uns jetzt wahrscheinlich am anfang hier tatsächlich ich doch viel zeit kosten wird da drüben gibt es eine brücke oder sowas aber ich komme ja nicht durch doch hier komme ich durch gehen wir erstmal hier hoch gucken hier irgendwas wir müssen das alles erstmal uns ein bisschen erkunden mal rausfinden was ist denn das hier zum beispiel gibt es hier irgendwas kann ich irgendwas machen kann ich eigentlich die adress teia hier rufen schon mal als überlegung hab ein bisschen zerfallen aus hier das ganze gucken wir mal noch weiter hier ist schluss keine ahnung was mich oben erwartet wir telefonieren uns einfach mal hoch und schau mal parolas der kolosse okay aber ich glaube ich muss auch nicht jedes einzelne ding zerstören zumindest ist das ja normal still auch so den gegner zu schwächen muss ich nicht alles zerstören irgendwann ist er angreifbar mal gucken zumindest waren wir einmal hier haben es einmal entdeckt und jetzt gucken wir mal weiter wir müssen in die richtung da drüben da ist ein boot beziehungsweise da kann man dann auch reiten und sprung dann bin ich mir gerade tatsächlich ein bisschen unsicher ob mir das zu viel des guten wird Marmorjüngfer zerstören okay da ist einer da ist einer da ist die Marmorjüngfer da ist einer wo ist das da noch mir das nicht ein bisschen zu viel des guten wird ja mit dem mit diesem ganzen Wasser das ist hier super effektiv ja du kannst dich hier drin bewegen wie du willst kannst direkt vor dem vor dem kolossos äh den abmuxen das war's und damit hat sich der Einfluss von Perseepony auch reduziert und wir gehen mal weiter ja mal gucken ich bin mal gespannt es ist zumindest überhaupt nicht so wie ich es mir eigentlich gedacht hätte Atlantis also das was man im Hautspiel von Atlantis sieht und denkt man eine ganz moderne Stadt also was heißt modern aber eben ganz anders als Griechenland das ist ja irgendwie überhaupt nicht so von daher bin ich mir noch nicht so ganz sicher was ich jetzt hier von halten soll er hat ein paar coole Ideen aber auch so ein paar Sachen wo ich denke so hm okay hätte ich anders erwartet zumindest muss ich mal so sagen wo sind wir jetzt ähm sind wir schon im nächsten ja hier sind wir quasi im nächsten also im Zweifelsfall werde ich manche Sachen dann einfach auch im Off machen ja Haus der Blutlinie ist aber anscheinend nicht nicht feindselig das ist schon mal ganz gut da vorne muss ich hin hier können wir einen schönen Sprung machen also sieht schon krass aus so grafisch keine keine oh da gibt es eine Hängebrücke Hängebrücke Entschuldigung jetzt musste ich gerade schlucken äh grafisch sieht es krass aus ohne Zweifel aber es ist irgendwie es ist nicht so wie ich es erwartet hätte ja also ich will es nicht schlecht reden nicht falsch verstehen äh aber es sieht halt anders also zum Teil gibt es halt solche modernen oder solche technischen oder oder besonderen Sachen aber viele sieht mir gefühlt einfach zu sehr nach Griechenland aus aber gut so ist es halt ähm hier vorne gibt es auf jeden Fall ähm eine Schnellreise und Schnellreise ist wie gesagt schon glaube ich super 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 wistig das ist wahrscheinlich der Balken da oben ja denke ich mal fast oh okay er stand da klatschnass und schimpfend während sein Boot ohne ihn in Trümmern den Eridanus herabtrieb ich würde alles geben um zu sehen wie dieser dumme Sterbliche das Elysion auf einer Feluke verlassen will hast du in letzter Zeit meine Mutter besucht und sie von mir gegrüßt immer Demeter lässt dich auch von Herzen grüßen nun ich sollte zurück das Elysion regiert sich nicht von allein aber halte nach mir Ausschau ich spüre dass es im Paradies Ärger zusammenbraut ich dachte schon du würdest nie kommen du darfst keine Zeit vergeuden wenn du Persephone's Kontrolle über das Tor zur Unterwelt brechen willst ich hast du geglaubt es würde sich nicht herumsprechen dass du gemeinsame Sache mit Elysions Schönling Adonis machst ist das so unglücklicherweise gelangt niemand durch das Tor zur Unterwelt ohne Persephone's Genehmigung und die hat sie noch nie erteilt niemals zu deinem Glück bin ich als Göttin der Kreuzungen und Schlüssel sozusagen eine Spezialistin für versperrte Tore willst du sagen du kannst mich durch dieses Tor bringen ich sage ich kann dir helfen Persephone zu umgehen was springt für dich dabei raus das hast du mir noch nicht gesagt ich verlange kein blindes Vertrauen ich zeige dir dass wir dieselben Ziele haben damit kannst du die Tür zu Persephone's geheimen Heiligtum öffnen dort bewahrt sie ihre intimsten Besitztümer auf weit weg von ihrem Gatten unter ihren Schätzen sollen sich Aufzeichnungen befinden Informationen zu dem Tor die du dringend brauchst bring sie mir so schnell du kannst ich hole die Aufzeichnungen je eher ich sie habe desto eher kannst du hoffen das Elysion zu verlassen verschwende keine Zeit das ist ja jetzt interessant weil ich hätte nicht gedacht dass ihre beste Freundin quasi gegen sie agiert bring mir die Aufzeichnungen aus Persephone's Heiligtum schnell okay das überrascht mich tatsächlich jetzt müssen wir mal gucken hier war doch irgendwo noch eine Schnellreise da oben aber das überrascht mich tatsächlich weil das hätte ich jetzt nicht erwartet synchronisieren okay so gut wir gucken mal auf die Quests die Akropolis ich bin doch jetzt in Ferias Zukunft Flucht genau das heißt irgendwo Oase der Toten Helden keine Ahnung wo das ist versunkenen Schlund der Stücks auch keine Ahnung wo das ist also das ist ja hier anders also das heißt wir müssen uns hier umschauen und gucken ob wir die Erkenntnisse der Hüterin haben es ist so viel ich würde sagen wir gehen erst mal ja warum kann ich jetzt nicht markieren dahin und gucken mal was wir da haben die Richtung wo ist das denn rechts welche Richtung da oben da oben na super und da hat der Baum mich zur Seite geschubst schauen wir mal da drüben gehen wir rüber geht den Weg lang dann gibt es zumindest einen Schnellreisepunkt den zu machen und holt sich auf jeden Fall also anscheinend sind selbst die Götter oder ISO die hier wohnen sozusagen nicht sich so ganz einig kontaktieren und zum Teil gegeneinander und die beste Freundin gegen die beste Freundin ist dann schon merkwürdig so Demeters Traum da oben wenn es da oben ist sollten wir vielleicht auch hoch gehen vielleicht können wir auch einfach mit Perse von ihr sprechen und die würde uns einfach erlauben sozusagen das Tor zu benutzen wer weiß na gut vermutlich nicht so wie es sich anhört aber synchronisieren so ich würde mal sagen ich werde hier im Offen noch ein bisschen das Gebiet erkunden und mal rausfinden ob ich von den den Sachen noch irgendwas finde irgendwas sehen kann und was es hier noch so gibt so ein paar Statuen zerstören keine Ahnung was zum Beispiel da drüben ist bestimmt auch wieder so eine und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder wenn ich einfach denke dass es jetzt wieder was interessantes gibt oder was wichtiges gibt weil das einfache erkunden kann ich glaube ich einfach mal so im Off machen ganz entspannt genau hier wieder so eine Marmorjungfer entdeckt bis dann Leute vielen Dank fürs Zuschauen natürlich bis dann